In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie das Multiplizieren von Brüchen funktioniert. Du siehst hier einen Bruch als Teil eines Kreises dargestellt. Brüche müssen allerdings nicht immer als Teile von Kreisen dargestellt werden, sondern können auf unterschiedlichste Art dargestellt werden. Dieser Bruch hat hier nun den Wert 3 Viertel. Möchte ich diese 3 Viertel nun mit 2 multiplizieren, bekomme ich also ein zweites Mal diesen Bruch mit 3 Vierteln dazu. Wenn wir hier nun abzählen, haben wir jetzt nicht mehr 3 Viertel, sondern in Summe 6 Viertel. 6 Viertel ist allerdings jetzt nicht die endgültige Lösung, sondern wir können diese 6 Viertel noch umwandeln bzw. kürzen. In einem ersten Schritt werden wir diesen Bruch nun kürzen. Wir können hier durch 2 kürzen, es bleibt nun also im Zähler 3 und im Nenner bleibt uns 2. Wir erhalten nun also gekürzt 3 Halbe. 3 Halbe ist ein unechter Bruch, da der Zähler größer ist als der Nenner. Wir können diesen unechten Bruch nun also noch in eine gemischte Zahl umwandeln. 2 geht in 3 einmal und 1 Halbes bleibt Rest und unser Ergebnis lautet also 1 Ganzes und 1 Halbes. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du Brüche miteinander multiplizieren kannst, wenn einer der Faktoren keine ganze Zahl wie zuerst ist. Ich möchte diese 3 Viertel nun mit einem Halben multiplizieren. Multiplizieren wir nun 3 Viertel mit einem Halben bedeutet das, dass wir von 3 Viertel genau die Hälfte nehmen. Diese Hälfte ist hier nun in grün eingezeichnet. Wir haben im oberen Bereich ein komplettes Viertel, im unteren Bereich ein komplettes Viertel und das dritte Viertel wird nun geteilt in jeweils 1 Achtel für die obere Hälfte und 1 Achtel für die untere Hälfte. In dieser Ansicht habe ich dir nun eine der Hälften von 3 Viertel noch in grün eingefärbt und wir wollen nun berechnen, wie groß dieser Teil nun ist. Wir multiplizieren 3 mal 1 und 4 mal 2, also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner und wir erhalten als Ergebnis 3 Achtel. Das bedeutet, die hier grün eingefärbte Fläche entspricht 3 Achteln. Zum Abschluss möchte ich mit dir noch drei Beispiele durchgehen zum Multiplizieren von Brüchen. 5 Zehntel mal 7 Neuntel. Überprüfe, bevor du zu rechnen beginnst, immer, ob du etwas kürzen kannst. Du siehst hier, 5 und 10 lässt sich kürzen und zwar durch 5. Statt 5 bleibt 1, statt 10 bleibt 2 und wir haben nun 1 mal 7 ist 7, 2 mal 9 ist 18, 7 Achtzentel. Beim nächsten Beispiel, 4 Neuntel mal 3 Achtel, lässt sich beim ersten und beim zweiten Bruch auf den ersten Blick nichts kürzen. Beim Multiplizieren ist allerdings im Gegensatz zur Addition und Subtraktion von Brüchen erlaubt, dass du auch diagonal kürzt. Das bedeutet, ich kann hier 4 und 8 kürzen, bleibt 1 und bleibt 2 und ich kann 3 und 9 kürzen, bleibt 1 und bleibt 3. Wenn ich das Ganze nun wieder multipliziere, 1 mal 1 ist 1 und 3 mal 2 ist 6. Wir erhalten als Ergebnis 1 Sechstel. Zu guter Letzt haben wir nun noch eine gemischte Zahl. Um eine gemischte Zahl mit einem Bruch zu multiplizieren, wandelst du zuerst die gemischte Zahl in einen unechten Bruch um. 1 mal 4 ist 4 plus 3 ist 7, also haben wir hier 7 Viertel mal 5 Viertel ist gleich. Hier kannst du nichts kürzen, da du ja immer nur einen Zähler mit einem Nenner kürzen darfst. Du darfst hier nicht die beiden Nenner, also 4 kürzen. 7 mal 5 ist 35, 4 mal 4 ist 16, 35 Sechzentel ist nun ein unechter Bruch, den wandeln wir erst noch um in eine gemischte Zahl. 16 geht in 35, 2 mal und 3 Rest. Wir haben nun also als Ergebnis 2 Ganze und 3 Sechzehntel. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog mathematik.rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde mit dir.